Hey Leute, willkommen zurück zu Salt and Sanctuary. Ja, ich versuche das Ganze jetzt mal wieder mit OBS aufzunehmen, da ihr ja vielleicht gesehen habt, dass es ein bisschen Probleme macht. Baukarte mit Traps. Danke an den Hirnstuhl Sock, der hat da mal ein Tutorial gemacht. Live-Stream und äh... Ja, nochmal danke. Müsste jetzt vielleicht besser klappen. Keine Ahnung. Äh, okay, irgendwas wollte ich hier noch. Ja, ich hab nur ein bisschen aufgelevelt und mach mal... Offering. Offering, äh... Im Market... Guide haben wir hier noch nicht. Nein. Age? Müsste. Äh, ein Leader. Ich mach immer einen Guide hin, oder? Komm, Pfeiftruf. Ihr habt nämlich gesagt, in Agar's Cavern ging es noch weiter. Da werden wir uns doch mal umsehen, aber erstmal geht es weiter in die Red Ball of Cages. Schön ist. Ja, hier ist es wunderschön. Hey, da haben wir noch ein Item. Zone Merchant und eine Bag of Salt. Ja, ich kann es jetzt auch nicht mehr nachbearbeiten, das Vidi. Oh Gott, nein. Ich wollte schon sagen, die überraschen mich jetzt wieder. Ey, guck mal. Ah, das ist auf jeden Fall ein Aufzug. Und ich kann mal wieder hier nicht durch. Ist das ein Aufzug, oder? Ich meine, der kommt da auch wieder runter, selbstständig. Und da oben, weil... Nee, da kommt der andere. Da hat mich so ein wenig Antipathedrale... Ich guck mir jetzt hin. Ich guck mir nicht, dass ich hieris... okay, ich guck mir jetzt mal raus... Ich guck mir jetzt. Ich guck mir jetzt... Ich guck mir jetzt... Ich guck mir jetzt... wo komm ich denn jetzt hin? Duncan Keep! Warte mal, war ganz am Anfang noch oder? Hey! Was soll's? Hab ja genug, ne? So, ich hol mir hier mal... Ich hol mir mal eins. Oh, da. Mist. Guck mal. Amo mai chitin. Pfeil. Prophet to restore health and finish. Pfeusen. 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 Ihr habt gesagt, dieses Red Baron Ohr, das hab ich ganz am Anfang bekommen, aber... Jetzt ist das schon eingetauscht. Red Lords, hab ich's doch. Warum hab ich's ihr dann nicht geben können? Das war ausgegraut? Nein, die Option war ausgegraut. Geben. Soll ich den Weg vielleicht jeder dorthin finde? Was soll denn das? Ich hab ihn doch pariert. Ich hab Eis gedrückt. Ah. Au. Arsch. Hier. Ah, da ist er. Ah. Da hat er sich gelöst. Krass. Ich weiß. So. Komm ich glaub ich wieder, ja, zur Kerze. Geil. Euch jetzt zu. Oh, ein Scheiß, Leute. Ein Scheiß. Die sind unsichtbaren. Kann ich sagen, wie sehr mich das genervt hat. Noch einer. Welcher aus der Luft. Oh. Ja, okay. Jetzt bin ich hier wieder gleich raus aus dem Red Hall of Cages. Das ist Helga's Cabin. 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 I'm not really late. Ach so kacke, Leute. Ich weiß halt gar nichts mehr. Okay. Jetzt hab ich hin. Ja. Ach. Au. Backfee. Okay. Bin ich hier? Ich rede. Oh Gott. ich hab's voll drauf nein hier wäre es gewesen tatsächlich hey aber jetzt mehr als zufall haben schon geredet gesagt jetzt geht ich habe ein bisschen geerntet also habe ich nette sachen zu verkaufen vielleicht könnten wir einander aushelfen sie hat eine pouch und vom schatz auf diese insel gehört tief tief vergraben er ist tief bleiben wir wohl ganz links soll ich eins nach links aber ein boss naja aber ich weiß immer noch nicht wie wenn wir hier weg machen fungeinlagen ne ok später noch was viel höher springen zu können so ein bisschen unangenehm hier ne muss ich dort da hochkommen oh hi hast du das hier so wenig zeug gibt wenn ich bin schade auch hat statt ein help von jawbone die brauche ich leider auch nicht brauchen wir nicht war das nicht bei dieses und man sieht ja wo die droppen wenn man sich die items an da brauche ich häusen also im gerl ja äh Dann auf Häusen-Sythoplasm. Mit? Ja. Grundeinlagen, die kommen nicht ganz so hin. Hier. Ich kann nicht bitte spräunigen, wenn man hier heute dann springt. Fall nö. Sag mal, die Red Shards, die heilen ja auch nichts mehr. War jungs. Das ist, wenn die sich so rumteleportieren. Das ist gut. Ich kann einfach mal riskieren, da runterspringen. Ich sag nicht so ganz wohl dabei. Ich muss wegziehen. Au. Komm mal. Rutschstier. Die Schnallen brauchen, bis sie sterben. Richtig. Ach, guck mal, hier war ich noch gar nicht. Da ist ein Obelisk. Ja. Ach so. Dem ist auch noch was. Lass mal an den Obelisk. Komm. Ist das ziemlich cool mit dem Ding. An die Perspektive. Hallo. Kann ich aufheben, ne? Mann, ob ich. Der Ball zieht da. Welche Probleme? Mann. Komm mir nicht mehr. Komm mir nicht mehr weg. Au. Also ich komm schon weg, aber ich weiß nicht, wo ich hin soll. Hilfe? Leicht. Kann ja auch irgendwie die Ecke fallen quasi. Gehen einfach rum, oder? Okay. Geht's doch. Nein, das wollte ich nicht. Bitch. Kackel wechseln. Und. Endless Fangs. Und da kann ich jetzt meine Items holen. Das ist ja schön. Ich denke, wir wollen es ripen. Oh, das ist bomb. So, jetzt ist halt die Frage. Oh Gott. Oh Gott. Ich muss wieder da runter. Der wieder. Ich werde nochmal. Komm mal. Ich bin grad'n Fein hier. Der hat geschossen. Ich bin grad'n Fein. Okay. Ich muss doch wieder rauf. Ich will auf jeden Fall noch den Boss sehen. Jetzt geh' ich dann halt mal nach links. Vielleicht gibt's hier noch irgendwo ein Sanctuary, weil ich mich langsam auf die Talze kümmern. Anctuarium. Jetzt einfach. Ich bin grad da. Jetzt muss weiter geht hier. Grumms ist, ich hab' so'n bisschen Tearing. Ich hoffe halt, ihr nicht. Nee, Mist. Alter, oh. Sehr schön. Weiter erwischt. Die Herrgas-Cavern eigentlich gar nicht so spritz. Ganz nett hier. Hopp. Ich frag mich, ob ich langsam jetzt... Langsam mal wieder. Wagen. Der... Sportfighter hoch. Euch füllen. Hab' ich zur Zeit noch... Doppel-Söldner-Babut. Hell. Ist der geil. Voll war schon. Ex-Mill. H. Lassen wir. Quick-Roll. Quack-Roll. Quack-Quack. Schon sehr geil. Oh. Okay. Ich glaube mittlerweile, das Gold ist ganz gut, wenn ich's mitnehme. Ich kann mir auch immer wieder Salze dafür kaufen. Ich kann mir auch noch den... Ich kann mir auch noch den... Aber unten. Das Ding Ring. Hochwert ist alles, ne? Finde ich zumindest. Hochwert ist alles, ne? Irgendein Hexen gibt, dass ich die gleich erwischt. Ich weiß noch, was gibt es jetzt. Hä? Daro, ich will nämlich das Item da haben. Ob lag. Was das ist. Und da gehen wir weiter zum Boss. Letzt sie dann. So dass es der Boss ist. Nehmen wir hier. Was ist hier? Ich hoffe, ich sehe etwas. Bisschen. Okay. Ich denke, auch Sold war das nur. Aber es geht um. Da auch. Sehr gut. Ich habe eigentlich schon... Meine Haltränke sind schon sehr viel, ne? Ring of Brilliance. Das ist doch kein Boss. Schade. Vielleicht kann ich noch mal ganz oben lang... ...geöffnet habe. Heavy golden ring set with a brightly glowing pill gem. Best to keep a leather pocket when not wearing it. Surely will render its wearer quite hard to miss. Ach, besser gesehen, aber... Besser gesehen, aber... Ebung. Recht behalten. Geh, sorry. AHA HIB NOCH! Vielleicht auch so! Ach das gut! Hatten wir runtergefallen oder nicht? Hey du! Den hab ich nicht! Au! 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 Das ist schade! Ich hab schon wieder genug! Ich hab schon wieder genug Salze! So! Dann geh ich nochmal ganz schnell zurück zusammen! Actuary! Ich hab wieder genug Geld um mir welche zu kaufen! Das ist noch IP! Drehen zu mir! Jetzt darf ich das eh nicht mehr! Leute wisst ihr was? Ich mach hier Schluss! Bisschen erkunden! Und nicht schlecht! Ich danke euch auf jeden Fall wie immer für das Zureden! Hoffe das jetzt geht mit OPS! Das nimmt mir nämlich ein bisschen Arbeit ab! Hier äh... Rändern dauert nicht ganz lange! Ist klar! Zunächst einmal mit Salted Sanctuary!